So liebe Leute, legen wir mal los mit einem weiteren Part von Pokémon Smaragd. Heute spielt Voli wieder. Aber es geht. Und ja, heute probieren wir doch eine zweite Orden zu schaffen. Was ist der zweite? Was ist der zweite? Kannst gerne mal nachgucken. Scheiße. Die zweiten Orden nicht gepackt. Ja, wir haben immer noch die Missgeburt. Die Missgeburt. Unser Reptalen, Rudi. Okay, Schwalbini, du kannst das. Ich muss mit Schwalbini alles umhauen, sonst wird sie besser. Du Spast. Camillo, genau, dieser Huren. Piep piep. Piep piep. Piep piep. So, dann legen wir jetzt den mal um. Dieser Huren. Und du kannst es. Du kannst es. Nicht. Du musst doch one-hitten. Karate. Arsch. 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 Haben wir noch Tränke? Ich glaube ja. Okay. Die zocken noch zu viel. Nein. Scheiße. Du kannst nicht Level Up werden, ey. Dann kannst du nicht schon Schwalbos sein. Ist so. Dann wäre das ganz easy hier. Ja. Was? Ja, ja, noch was. Das ist schon eins. Das ist schon eins. Ja, das sind das Kind gleich. Dämlich noch nicht. Wehtun. Ah, wenn es Geduld einsetzt. Das ist gut. Na, das ist noch die Chance. Das ist sowas. Ne, das ist noch Energiefokus. Ah, es geht. Das ist okay. Das ist okay. Setzt. Oh, was? Nie, das kann aber was. Wieso kann es noch was einsetzen? Ach so, weil du Supertruck eingesetzt hast. Dankeschön. Ich sieht jetzt mal. Du hättest das gleiche angreifen müssen. Ich hätte jetzt mal eine Idee. Hm. Wenn es jetzt dumm ist. Wenn ich die ganze Zeit zorn klinge. Ja. Zockt es dann auch was gegen den Ding? Ja. Es zockt dann immer weiter. Höher, höher, höher. Okay. Perfekt. Uh, das muss doch jetzt echt funktionieren, ey. Das ist der Plan eigentlich. Sonst klappt das Ganze nicht. Okay. Das ist halt echt dumm. Jawohl. Und gegen das Dechse zockt es jetzt auch weiterhin. Mhm. Das wäre genial. Makuhita. Machen wir jetzt endlich fertig. Jawohl. Ist gut. Ach so, das tut weh. Alles klar, Digga. Himmel bin ich raus. Damit bin ich hier raus. Alla, was ein Spast. Was soll'n des? Ich weiß es nicht. Wir sind noch zu schlecht. Ich muss Miskegurt. Du machst das Ding. Oh, ich hab's überlegt. Miskegurt, du kannst es, kratzes weiter. Hahaha. Aber wie machen wir das? Ich weiß es nicht. Wir müssen es nochmal versuchen. Aber wir trainieren. Hm. Und wo willst du trainieren? Na okay, dann pausieren wir kurz, Leute. Gehen wir kurz auf Pause. So, liebe Leute. Weiter geht's. Wir versuchen das erneut. Jetzt haben wir Schwalbini und Raptor ein bisschen levelt. Vor allem Schwalbini. Steht jetzt kurz vorm entwickeln. Dauer. Das wollten wir natürlich nicht für euch geheimdaten. Nein, nein. Wir müssen das live miterleben. Wir müssen das live miterleben. Vielleicht ein bisschen Misskegurt leben. Nein, Spaß. Nee, Quatsch. Hier kommt das nächste Mal. Hiermit bin ich raus. Jetzt schaffen wir den. Speicher am besten nochmal. Ich speichere noch am besten mal. Wir haben jetzt halt irgendwelche Trainer genommen, die wo hast du? In der nächsten Stadt. Ja, also die Trainer, die... Ist es ja nicht schade. Ich meine, es sind nur Trainer. Die interessieren uns jeden. Ja. Die Arena-Camp. Die wichtigen Kämpfer. Die Team Aqua. Team Agro. Was das Spiel ist. Dieses Spiel soll hier angenommen. Das ist wichtiger als solche billigen Trainer. So, Spaß. Jetzt machen wir ihn fertig. Das ist ein paar Milen-Tee da. Nicht Milen-Tee. Nicht Milen-Tee. Na, Milen-Tee. So, ich sag mal, wie das wieder in Zeitlupe einvorkommen wird. Wenn wir das so schnell gemacht haben, ja, glempt. Nein! Was machst du? Nein! Oh, jetzt hast du Rap-Tank vorne. Das ist ganz böse unten. Außer er macht jetzt nichts. Mit Dings. Ja. Das ist, glaube ich, weniger, dass der da nichts macht. Gegner setzt. Oh! Das ist nicht mehr so stark. Okay, das ist gut. Oh! Das war Karate-Schlag. So irgendwann. Jawoll! Jetzt kann schon der Bluff werden. Obwohl nicht unbedingt. Also, das war knapp. Es entwickelt sich erst noch im Arena-Kampf. Ist doch egal. Dann schaffst du jetzt. Schaffst du jetzt. Schaffst du jetzt. Meinst du? Klar. Meinst du das? Den darf ich gleich nochmal machen. Wieso? Mit Schweibers. Entwickelt sich das auch, wenn wir verloren haben? Ja. Okay. Das ist ganz schwer. Wir gewinnen. Jawoll. Das ist zwei Leröhr als Makrohita. Das kann jetzt nichts mehr ausrichten. Natürlich. Ich glaube schon, den gezockt gar nichts gegen das. Klar. Es hat vorher auch was gezockt, wo ich es im letzten Part... Ja. Oh. Siehst du das? Aber es ist dann vielleicht leider immer noch One Hit. Egal. Das kann jetzt Dings schaffen. Nein! Oh, du lebt! Halt! Oh, jetzt halt sich. Jetzt halt sich. Das ist misstgeboten viel. Ja. Aber wir können es schaffen. Ja, ja. Das ist Finito. Finito. Schwalbini Überkingmann. Schwalbini hat es geschafft. Aller Schwalbi. Makrohita konnte nichts mehr tun. Aller. Wie ist es einfach so? Hui, hui, hui. Du hast ja eine Kuh oder was auch immer. Wir müssen Spaß tun. Wir wissen das. Und wir wissen das, was uns in Ordnung gibt es. Kann man den Tee? Was mit der Entwicklung? Ja, wir müssen erst mal reden. So, ich dachte, das passiert gleich. Hey, ich kenne die Edition. Nee, die weiß nur, wie das da ist. Es ist genauso wie von anderen. Ja, wenn einer anderen war es direkt nach dem Kampf. Echt? Ja. Sieht, wenn das es 21 war? Ich habe keine Ahnung. Oder 24. Oh. Udi, 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 udi. Oh. Was ist das denn? Es stimmt. Es entwickelt sich nur nicht. Oh, scheiße. Fuck, ich glaube 24. 24. Hm. Super gemacht. Ach du Kacke. Naja. Egal, Hauptsache wir haben es geschafft. Ja. Jetzt Pokémon Center. Wo müssen wir jetzt hin? Naja, wo wir gerade eben waren. Echt? Ja. Okay. Hör mal auf. Schön. Jetzt kannst du wieder speichern. Ah, das muss ich jetzt weiter. Oh, das wird schon mal schön. Okay, dann geht es jetzt weiter. Jetzt kannst du eigentlich Reptail leveln, oder? Ja. Das habe ich auch vor. Nach Graf. Graf vor zu mir. Lecker hat Pecco mein Schatz gesagt. Ja. Alles klar. Sind verheiratet. Alles klar. Ja. Nun sind wir da. Ah, hoi. Ah, hoi. Ah, hoi. Gelbonnier. Wie sind sie da? Ah, die Reptail ist ja eh vorne. Ja. Die ganzen Trainer haben wir jetzt schon gemacht. Ah, wait. Wir sind jetzt in Grafitport City. Ist er auch eine Arena? Ich glaube nicht. Ja. Zu wem müssen wir ja. Und dann kommen wir weiter. Ja, oder was? Hallo. Ich bin glaube ich Glück. Was macht der mit uns jetzt? Über uns die Demon Bear oder wie es auch immer heißt. Informieren und dann geht's ihm arg mal weg. Und dann? Achso stimmt, die stehen ja da oben. Alle oben. Die gehen jetzt weg und dann müssen wir zu Captain Brick oder so. Ja, wie auch immer heißt. Ja, aber wenn wir es schon nicht vorlesen, dann müssen wir schon erklären, was wir hier machen, ne? Achso. Oh, da sind sie. Ja. Den Kampf mache ich noch ein bisschen dran. Dann haben wir den Parchen. Welchen Kampf? Wegen den da? Ne, ne. Da kommt gleich Team Aqua. Angeschissen. Team Aqua! Da kommt er schon. Ja, ja. Ja, ja. Ey, Mist geworden. Ey, warte, das ist doch Mist. Diese Mist geworden. Diese Mist geworden. Diese Mist geworden. Der erste. Achso, du musstest gegen zwei kämpfen. Ja. Na und Doppelkampf machen wir es wunderbar. Ja. 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 Hätten es halt recht mal. Kaniwala. Moody macht euch platt. Ja. Mit. Achso. Achso. Ja. Na hol, endlich zieht es mal wieder was. Endlich zieht es mal wieder was. Guck mal. Gibt es gut? Ah ja. Ist okay. Und im nächsten Kampf ist es auch noch gut. Alles gut. Oh man, was für ein Desaster. Heute war Schlappen. Ich werde dieses Ding schon schaukeln. Einen Scheiß wieder zu. Mal schaukeln. Mal schaukeln. Was war das jetzt? Zubat. Was willst du denn mit dem Scheiß schaukeln, Alter? Zubat ist geil. Schaukel dir deine Eier jede Woche. Auf jeden Fall. Blutsauger. Oh. Sehr effektiv. Sieben. Sehr effektiv. Sieben. Es ist auch sehr effektiv. Pssst. Was willst du denn mit Schaukeln? Sag mal, was willst du denn mit Schaukeln? Achso, der hat noch eins. Auf das. Schlechte Maul. Absurd. Schlechte Maul. Ja. Der Jesus. Der Jesus. Muss ich mal mit Schaukeln nicht tun. Level 24. Ja, das kannst du noch machen. Aber das muss raus. Ja, okay. Schaukeln Bieden müsste auch mal seine nächste Entwicklung erreichen. Das ist... Aeroas. Aeroas. Du lernst bei der Entwicklung, glaub ich. Ja. Ash in der Serie hat's auch nur mit Fallbeam gelernt. Aber Ash kriegt ja alles mit den ersten Entwicklungen hin. Was bist du für'n Spaß? Das ist der Bus. Das ist der Bus. Ich muss gegen ihn auch kämpfen. Nein, der will immer entlohen. Ich bin jetzt echt in der Platz. Klar, die Görder laden. Okay. Siehst du, vergisst das nicht. Vergiss das nicht. Das war eine kritische Situation. Das war eine kritische Situation. Aeroas. Jetzt haben wir die Dieben. Dieben. Dieben waren. Hoppla. Alla redet man nicht so viel hier. Ah, ja, 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 ja. Alles klar, alles klar, alles klar. So, gut. Locks. Es geht im nächsten Part weiter. Bis dahin und tschau tschau. Tschau tschau.